Hallo, ich bin Martina und heute zeige ich dir die Yin Yoga Pose Shoe Lace, das Schnürsenkel. Gegebenenfalls brauchst du dafür einen Block und auch einen Bolster. Du kannst es auch ohne machen. Ich zeige dir die Variation, wie du beides einsetzen kannst. Um in den Schnürsenkel zu kommen, gibst du dich in den Vierfüßlerstand und aus dem Vierfüßlerstand führst du dein rechtes Knie nach vorne zum rechten Handgelenk und bringst dann den rechten Fuß vor das linke Knie. Dann setzt du dich zurück zwischen deinen Fersen. Du kannst dir dann mit einem Block die Position erleichtern, indem du dich erhöht hinsetzt. Das ist vor allem, wenn du auch empfindliche Knie hast, ist das eine gute Variante, das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Du könntest aber auch den halben Schnürsenkel praktizieren, das heißt, du lässt das untere Bein einfach ausgestreckt. Und dann begibst du dich aus dieser Position mit möglichst rundem Rücken nach vorne. Deine Hände landen entweder neben deinen Beinen, neben deinen Füßen oder du kannst dir auch so ein Fäustetürmchen bauen mit deinen Händen, um deine Hände abzustützen. Eine weitere Alternative, um das noch so ein bisschen bequemer zu machen, ein bisschen entspannter zu machen, ist, dir dann den Bolster zu nehmen und deinen Kopf auf den Bolster abzustützen. Nächste Variante, wenn du sehr empfindliche Knie hast, riecht es sich an, diese Pose komplett auf dem Bolster auszuüben. Setz dich auf dein Bolster und überkreuz deine Knie, dass wieder die Knie so übereinander liegen. Und dann kannst du auch hier durch in die Vorwärtsbeuge mit möglichst rundem Rücken wie immer im Yin Yoga nach vorne beugen oder auch deine Stirn ein bisschen abstützen. Und denk auch hier dran, wie immer beim Yin Yoga, dass du nur zu etwa 60% in die Position hineingehst. So, das war die Yin Yoga Position der Schnürsenkel. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich wünsche dir viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal.